Bei welchen Marken dachtet ihr lange, dass sie aus einem anderen Land kommen als sie tatsächlich tun? Dachte immer Metabo ist ein japanisches Unternehmen, aber ist ein deutsches. Metabo ist ein Akronym für Metallbohre. Das ist eine ähnliche Offenbarung wie Hanuta. Hanuta Matata. Diese Nuss esse ich gern. Ich hielt Weber Grill für eine deutsche Marke. Sind aber Amis. DHL. Ich hab bis vor ein, zwei Jahren gedacht, dass DHL für deutsche Handelslogistik oder ähnliches steht und nicht für die Anfangsbuchstaben der amerikanischen Gründer. Camp David kommt aus Deutschland. Nein, Camp David kommt aus der Hölle. Bruno Banani. Chemnitz. Wellenstein. Die Jacken mit dem Logo, das dem Schweizer Wappen ähnelt. Dachte es wäre ein Schweizer Unternehmen. Auch wegen den Ehrenpreis. Ja ne, ist deutsch. Ja aus Hamburg halt. Ist eigentlich Hafenarbeiterkleidung gewesen. iPad 10 und fast alles, was die Firma dahinter sonst so macht. Dachte dahinter steckt irgendeine große amerikanische Firma. Tatsächlich ist es eine relativ kleine Firma in Bielefeld. Heinz die mit dem Ketchup. Dachte Deutsche geht es ja wohl kaum. Sind aber tatsächlich Amerikaner. Makita war und ist einfach immer so allgegenwärtig gewesen, dass ich dachte es handelt sich um ein deutsches Unternehmen. Die kommen aus Japan. Deutscher Biosalat. Die Zutaten kommen dann doch aus Ägypten.